Jetzt kannst du dir schon vorstellen, wenn du nur noch Beratungen mit Leuten hättest, die diesen 5 Faktoren entsprechen, dann hast du am Ende, ja, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, einen Kunden daraus zu machen. Ja, herzlich willkommen hier zum Video. In diesem Video geht es um ein Thema, was sehr viele gerade betrifft, gerade in der Zeit der steigenden Rohstoffpreise. Und zwar geht es um das Thema, das Angebot ist mir zu teuer, sagt der Kunde jetzt. Ja, erstmal willkommen von meiner Seite, ich bin Alex, der Marvin ist auch wieder am Start. Jo, hi. Und ja, wir haben jetzt sehr häufig die Situation, gut, dadurch, dass sich mittlerweile im Wochentakt her die Hersteller neue Preislisten zuschicken oder die Lieferanten, je nachdem, müssen ja keine Hersteller sein, können auch einfach nur Rohstofflieferanten sein. Und das sorgt natürlich dafür, dass für die Kunden die Preise explodieren, sind sicherlich 30, 40% über dem, was vor zwei Jahren noch der Fall war und immer mehr auch jetzt Probleme haben, die Preise durchzusetzen. Ja, und auch generell einfach auch, wenn du einfach die Situation hast, dass du Angebote schreibst, die Angebote dann deinem Kunden zeigst und präsentierst, mit ihm durchsprichst und der Kunde sagt einfach, ist mir zu teuer. Und was man da eigentlich erstmal beachten muss, ist, dass das Problem eigentlich schon weiter vorne entsteht, meiner Meinung nach. Weil normalerweise darf es gar nicht so weit kommen, dass du das Angebot machst und der Kunde dann direkt sagt, es ist zu teuer. Ja. Weil, dann hat man ein wichtiges Konzept nicht verstanden und zwar, das qualifiziert, oder was heißt nicht verstanden, man hat es vielleicht verstanden, aber man nutzt es noch nicht ideal, denn man qualifiziert den Kunden, bevor man ihm ein Angebot macht. Ja. Das bedeutet, bevor, also wenn da jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich hätte ganz gerne eine Terrassenüberdachung, ja, dann muss natürlich auch abgeklärt sein, in welchem Budgetrahmen das Ganze sich bewegen darf, ne. Dass man, also du kannst ja mal erklären, wie wir das unseren Partnern so erklären. Okay, aus dem ersten Schritt müsste man erstmal fragen, warum qualifiziere ich überhaupt? Ne, das ist mal ganz kurz gesagt, weil eine Beratung mit Angebotserstellung, Aufmaß, etc. locker mal einen Tag vergeht oder ein halber Tag. Und wenn der Kunde von Anfang an nicht geeignet war, hättest du das in 10 Minuten rausfinden können und hättest du dir einen halben Tag Arbeit sparen können. Das ist mal so Punkt 1. Woran erkennst du, dass deine Kunden nicht richtig qualifiziert sind, wenn der Abschlussquote unter 50% liegt? Das kannst du eigentlich merken, wenn du Angebote schreibst und du unter 50% der Angebote auch am Ende zugesagt bekommst, dann läuft was in der Qualifizierung falsch. Ganz simpel. Bei unseren Partnern sind es im Schnitt 70-80%, was da angenommen wird von den Angeboten. Gibt da auch Partner, wo es ein bisschen schlechter ist, ne. Gibt da auch Partner, wo es besser ist, hängt auch vom Partner selber ab. Aber 50% sollte mindestens kommen, sonst läuft was falsch. So, Punkt 1 mal. Punkt 2. Ja, wie qualifiziere ich? Es gibt so 5 Faktoren, die im Grunde darüber entscheiden, ob die Person, die du berätst, auch tatsächlich Kunde bei dir werden kann oder auch nicht. Wenn diese 5 Faktoren alle gegeben sind, dann hast du die gute Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde wird. Wenn auch nur einer der Faktoren nicht gegeben ist, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, der wird nicht kaufen bei dir. Und die Faktoren kannst du alle in dem Gespräch, was 10 bis 15 Minuten geht, rausfinden. Das dauert auch nicht immer so lange, wenn einer der Faktoren direkt nicht passt, dann brauchst du die anderen nicht abfragen. Ist auch klar. Erster Faktor, du fragst natürlich, was möchten die Leute haben. Wir machen mal ein ganz einfaches Beispiel. Terrassen hast du ein schönes Beispiel. Zum Beispiel Länge mal Breite. So, mal Höhe am besten noch. Dann weiß man, okay, das sind jetzt, keine Ahnung, 3 mal 4 Meter, 2,5 Meter Höhe oder so. Dann fragst du als nächstes zum Beispiel ab, okay, wie soll, was für eine Art von Dach soll es sein? Soll es ein Glasdach sein? Soll es ein Schiebedach sein? Soll es ein Lamellendach sein? Whatever, ne. Also im Endeffekt fragst du alles ab, was, ich sag mal, die großen Punkte sind, die über das Budget am Ende entscheiden. Ne, und wenn du jetzt noch sagst, okay, also bei mir ist noch ein ganz großer Punkt, will der Seitenteil haben, dann fragst du ab. Ne, am Ende sind es wahrscheinlich 5, 6 Fragen, die du stellst, wo du dann schon mal sagen kannst, okay, so und so soll es aussehen. Jetzt kannst du einschätzen, kannst du das überhaupt liefern? Ja. Dann kannst du dir die ganze Beratung sparen, weil du wirst ihnen nicht helfen können. Ja. Ne, Punkt 1, was möchte er haben? Punkt 2, viele machen jetzt den Fehler und fragen, was haben sie denn da für ein Budget eingeplant? Und das führt zu dem großen Problem, dass viele Kunden das Gefühl haben, okay, wenn ich dem jetzt sage, kostet 20.000, dann sagt der mir, kostet 20.000, wenn ich sage, kostet 18.000, dann sind es 18.000. Ja, das denken die sozusagen, egal was sie jetzt sagen, so wird dann der Preis. Genau, genau. Und das ist natürlich, wirkt erstmal unseriös und du kriegst auch nicht die Antwort raus, die du möchtest. Deswegen drehst du das Ganze ein bisschen um. Du sagst denen, okay, passen sie auf, das ist doch, was sie wollen, können wir eins zu eins so liefern, wird preislich zwischen 20.000 und 30.000 Euro liegen, zum Beispiel jetzt. Genau das Angebot vor Ort, das könnte auch eine höhere Range sein, weil du weißt selber, wie das ist, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer, dann liegt es nicht daran, dass er irgendwie mit 15 geplant hat und du 17 berechnest, sondern es liegt daran, dass er meistens mit 5 geplant hat und du 17 berechnest. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Genau, genau. Das ist halt das Problem, also sonst könntest du auch mit einer Nachzahlung oder sowas arbeiten, das würde alles funktionieren irgendwo, ne, also Anzahlungsrechnung macht oder so, würde ja alles gehen. Nur dann kannst du halt nichts mehr machen bei so einem Preisunterschied. Also Thema 2, du sagst dem, okay, passen sie auf, das wird von da bis da ungefähr liegen. Wenn er sagt, das hat er nicht, dann ist er halt raus, ne, dann kann man vielleicht noch gucken, wenn er bei 18 liegt, anstatt bei 20 bis 30, kann er vielleicht eine Stufe kleiner machen, erst mal Seitenteile noch nicht machen, Modular nachrüsten oder so. Die Möglichkeiten gibt es ja. Ja, aber faktisch gesehen, wenn er sagt, er hat 10 eingeplant, dann wird es halt wahrscheinlich nichts. Ja. Und das kann man dir noch sagen, weil du würdest seine Zeit verschwenden. Thema 3, wer sind die Entscheidungen für die Summe? Wenn er jetzt sagt, ja, das ist ja gar nicht mein Haus, ich bin nur zum Mieter, gut, dann muss halt der Mieter, äh, nicht der Mieter, der Vermieter meistens mit dabei sein, na, ist klar. Ist natürlich eher selten jetzt wahrscheinlich, also im Terrassenachbereich ist es eher selten, in anderen Bereichen passiert es schon deutlich häufiger, ne, bei Klimaanlagen und so. So, gerade wenn jemand für eine Wohnung sucht, dann musst du halt den Vermieter, den Vermieter mit dabei haben, sonst klappt das nicht. Thema 3, haben wir damit auch die Entscheider, die müssen da sein. Thema 4, wann soll es gemacht werden? Ist auch immer so ein Ding, die Person will das Haus in zwei Jahren kaufen, sagt, ja, in den Garten wollen wir ein Lamellendach haben, wir beraten uns, lassen es jetzt schon mal beraten. Nur das bringt nichts, das weißt du selber, erst mal, wenn er in zwei Jahren das Ding braucht, kauft er es nicht jetzt, geht gar nicht, weil der weiß dann auch gar nicht, wie der Garten konkret aussieht. In zwei Jahren sind die Preise ganz andere, andere Rohstoffpreise, andere Möglichkeiten, die Produkte auch irgendwo herzustellen, vielleicht auch andere Produkte. Kannst du ihm auch genauso sagen, die Beratung macht jetzt keinen Sinn, die müssten wir in zwei Jahren eh nochmal machen, neu machen komplett, von Anfang an. Dann können wir in zwei Jahren die komplett machen und kriegt einen Katalog zugeschickt oder so, das ist auch keiner böse drüber, ganz gut begründet. Thema 5, das ist so eine Sache, das kriegt man im Gespräch meistens raus, hat er weitere Angebote vorliegen. Wenn ihr jetzt feststellt, okay, der hat irgendwie schon von fünf Anbietern Angebote vorliegen, ja cool, warum will er ein Sechs jetzt eigentlich, das kann man doch fragen. Was bezwecken sie jetzt mit unserem Angebot? Ja, wir wollen nochmal einen Preis vergleichen, ja okay, weil dann sind wir die Falschen. Also unsere Partner zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber unsere Partner sind alle immer relativ hochpreisig aufgestellt, die sind sehr individuell, sehr hochwertige Produkte. Also die sind jetzt nicht alle, ich sag mal, das Teuerste vom Teuersten, aber das ist kein Billiganbieter. Das heißt, die sind nicht die günstigsten in der Region und so würde ich es auch kommunizieren. Wenn der sagt, ja ich möchte einen Preisvergleich, gut, dann holen sie sich lieber nochmal ein Angebot von ihm oder ihm ein, die können auch nochmal günstiger. Wir werden nicht die günstigsten sein, faktisch gesehen. Wenn er aber sagt, hey, der hat eine schlechte Beratung gehabt davor, hat sich nicht wohlgefühlt, wurde nicht das angeboten, was er wollte, okay cool, macht natürlich die Beratung kein Thema. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, wenn du nur noch Beratungen mit Leuten hättest, die diesen fünf Faktoren entsprechen, dann hast du am Ende eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, deinen Kunden daraus zu machen und dann sparst du dir auch viel Zeit. Und jetzt kommt natürlich das nächste Thema, jetzt sagen viele, wenn ich die Sachen aber fragen würde, dann hätte ich ja gar nicht mehr genug Beratungen, um meine Vertriebler zu füllen. Was sagt uns das dann? Dann brauchst du mehr Anfragen, so ist es einfach. Hochwertige Anfragen. Genau, bei ganz vielen sind Vertriebler nur deswegen ausgelastet, weil die die Hälfte der Zeit mit Leuten sprechen oder über die Hälfte der Zeit, die gar keine Beratung, jetzt mal hart gesagt, dafür qualifiziert wären, für eine Beratung. Und wenn die plötzlich wegfallen, ja, dann sitzen die Vertriebler halt rum oder sie können mehr Zeit wieder nutzen, die Leute anzugehen, die, ich sag mal, das ist Zeitinvestment, ja, sich lohnt. Und das heißt dann auch mal nachzurufen und so, das hat auch viele ja nicht. Einfach nochmal Follower abzumachen, das macht auch keiner. Genau. Also diese Themen, das sind so ganz einfache Vertriebsdinge, die werden bei unseren Partnern, mit denen wir uns Partner werden, auch extrem intensiv geschult. Also sie kriegen wirklich Unterlagen, Skripte an die Hand, wir erklären das mit Videos, eins zu eins, die man sowas macht, üben mit den Vertriebler teilweise auch das Ganze zu machen, weil wir wissen, dass da halt der große Erfolg drin liegt. Anfragen zu generieren, das ist das eine, das ist auch wichtig, aber das Wichtigste ist auch, was ich daraus mache. Ja. Genau, ich denke, das waren jetzt relativ viele Dinge schon. Ja, genau, also letztendlich, wenn du das häufig hast, dass Leute dir eben sagen, hier, das Angebot ist mir zu teuer, dann ist das Kind meistens vorher schon im Grunde gefallen. Du musst vorher schon abklären oder schon den Rahmen abstecken, in welchem Budgetrahmen das Ganze sein darf. Das wird für viele jetzt auch nicht neu sein, aber das ist eben wichtig, wenn am Ende der Interessent sagt, nee, ist mir zu teuer, dann hat man es vorher noch nicht gut genug abgeklappert. Und auch meistens geht es dann da nicht um ein oder 2000 Euro, sondern das ist dann schon ein größerer Unterschied. Ja. Genau, also das Thema Qualifizieren ist eben sehr, sehr wichtig und was dann eben noch mit einhergeht, ist eben, dass man, wenn man dann auch qualifiziert, dann braucht man natürlich noch mehr Anfragen. Genau. Genau. Ja, also löst sich von der Angst, dass du dann irgendwie zu wenig Leute hättest. Du hättest dann den gleichen Umsatz, wie du jetzt hast, nur dass deine Vertriebler weniger Zeit dafür investieren, erst mal, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt können die dann ja dann auch Bestandskonten anrufen. Die können Follow-up machen, weil Leute, die ja nicht gekauft haben. Ja. Die können auch neue Anfragen bearbeiten, klar, das ist auch so ein Thema. Ja. Also, du hast dann viele Möglichkeiten. Letzten Endes, qualifiziere auf jeden Fall, das spart viel Zeit und viel Geld damit auch und ist auch für den Kunden besser, weil du nur mit Leuten sprichst, die auch, ja, dich wirklich leisten können. Genau. Und auch Interessen haben. Sehr gut, wenn dir das Ganze gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Wenn du vielleicht schon mal probiert hast, wir haben das schon vor vielen Jahren schon mal selber probiert, hat dann irgendwie nicht so gut funktioniert aus verschiedensten Gründen. Das ist natürlich jetzt alles simpel von uns erklärt, aber da gehört natürlich ein bisschen Technik auch dazu, das rüber zu bringen. Am Ende ist es gar nicht so schwer, man muss es halt richtig machen. Dann stell gerne deine Fragen auch bei uns jetzt hier in den Kommentaren und wir können gerne in den nächsten Videos auch drauf eingehen. Und ansonsten lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und eine gute Zeit hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.